Hastapada Parivrita Ardha Chandra Chapasana ist eine Drehhaltung des halben Mondes mit Hand zum Fuß. Sie verbindet Rückbeuge mit Vorwärtsbeuge im Stehen und ist auch eine Gleichgewichtsübung, die zu den Einbeinständen gehört. Ausgangsposition ist Tadasana, die aufgerichtete Stehhaltung. Von hier beuge ein Knie und fasse, wie bei Natharajasana, an den Fuß allerdings überkreuz. Also wenn du das linke Knie beugst, fasst du mit der rechten Hand um den Fuß oder das Fußgelenk. Und das macht das Parivrita aus, das leichte Drehen. Und dann beuge dich nach vorne, halte dabei Fuß oder Fußgelenk fest und gib die linke Hand an den rechten Fuß. Dann ist es nämlich Hastapada, Hand zum Fuß. Und wenn du dann das Gleichgewicht gefunden hast, versuche noch, dein gebeugte Knie höher zu geben, sodass es ähnlich aussieht wie ein Danurasana im Bogen. Das erfordert aber Übung und große Bewusstheit. Und dann ist alles Glauble. Dann ist das TP-Hstt.